Das Autohaus Kregner in Grieskirchen ist seit 34 Jahren ein aufstrebender, erfolgreicher Betrieb. Trotz Erweiterungen, Zubau und vor allem technischer Fortschritt ist der familiäre Charakter bei Renault Kregner erhalten geblieben. Unser Betrieb wurde vor 30 Jahren von meinen Eltern gegründet als Karosseriefachwerkstätte. Im Zuge des autofreien Tages haben sie dann einen Gebrauchtwagenhandel dazugenommen und haben dann einen kleinen Betrieb in der Industriestraße 8 gebaut. Es war dann so, dass wir 1974 die Marke Renault übernommen haben als Subhändler. Und immer weiter expandiert sind und auch Händler geworden sind. Es war auch die Zeit, wo mein Bruder und ich in den Betrieb eingestiegen sind. Und der alte Betrieb ist aus allen Nähten geplatzt. Und das war dann der Grund, warum man hier gebaut hat und hier einen Betrieb gegründet hat an diesem Ort. Die vor drei Jahren in Aurelsmünster neu eröffnete Kfz-Werkstätte beschäftigt mittlerweile schon 20 Mitarbeiter. Unter dem Motto, ein Kunde ein Leben lang, nimmt sich jeder einzelne im Betrieb aller Wünsche und Bedürfnisse des Kunden an. Dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind, ebenso auch in Aurelsmünster wie hier in Grieskirchen, bemüht man sich auch mit den Kunden in ein Gespräch zu kommen, das nicht unbedingt auf den Autosektor hinausgeht, sondern auch ein privates Gespräch. Es ist die angenehme Atmosphäre in unserem Hause und der Kontakt mit den Leuten sehr wichtig. Das Leistungsangebot reicht von Neu- und Gebrauchtwagenverkauf über ein lückenloses Ersatzteillager, einer perfekt organisierten Kfz-Mechanik bis hin zur TÜV-geprüften Karosseriewerkstätte sowie einer Lackieranlage für Pkw und Lkw. Im Autohaus Kriegner bin ich zuständig für die Spengerei und Lackiererei für sämtliche Unfallreparaturen, von der Reparaturannahme bis zur Auslieferung. Wir haben eine sehr gute Auslastung vom Betrieb. Durch den TÜV-geprüften Karosseriefachbetrieb können wir sämtliche Automarken reparieren. Das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität, was das Autohaus Kriegner hat. Renault Kriegner bietet seinen Kunden sowohl in Grieskirchen als auch in Aurelsmünster eine Direktverrechnung mit allen Versicherungen bei Schadensfällen, kontrollierte Qualität, strenge innerbetriebliche Kontrollen, Originalersatzteile, eine Zwei-Jahres-Fachbetriebsgarantie und vor allem Sicherheit durch perfekt geschulte Fachkräfte. Sicherheit für das Autohaus Kriegner bedeutet sehr viel, weil wir die Autos haben, die die meisten 5 Sterne haben und das letzte Autos, der Megane Sennig wieder die 5 Sterne bekommen hat und der neue Espace hat von den Punkten gezahlt, die besten Punkte von allen Marken erreicht, wo wir wirklich sagen können, wir haben 5 Sterne Autos, die keine andere Marke hat. In Sachen Reparaturannahme und Kundenbetreuung ist Werkstättenleiter Josef Stritzinger der erste Mann im Betrieb Grieskirchen. Im Zuge des Herbstfestivals stellte das Autohaus Kriegner vergangenen Samstag seine neuesten Modelle der Marke Renault vor. Renault ist seit 1997 die meistverkaufte Automarke Europas und zugleich hat Renault die jüngste Modellpalette am Automarkt momentan. Noch dazu haben wir jetzt die sicherste und innovativste Modellpalette für das Hausrückviertel und Endviertel. Das Herbstfestival liegt unter dem Motto, ja typisch gefragt und der Megane wurde erweitert als sicherstes Auto in seiner Klasse mit drei Modellen von dem Megane Kombi, Limousine und dem Sennig und dem Grand Tour. Die Kunden sollten nicht nur in Fragen Automobile gut beraten sein, auch auf gemütliche Atmosphäre bei herrlichstem Branche wurde an diesem Festtag großen Wert gelegt. Eine gute Partnerschaft und zufriedene Kunden stehen für das Autohaus Kriegner an erster Stelle. Wir sind besonders mit dem neuen Renault Megane sehr zufrieden. Was uns abgesehen von der Sicherheit und vom Fahrverhalten sehr gefällt, ist natürlich auch das jetzt wesentlich progressivere Design. Wir sind sehr zufrieden, sie sind sehr zuvorkommend, halten die Termine alle ein und wir können uns überhaupt nicht beklagen. Es ist eine sehr lange Partnerschaft, ich bin glaube ich schon 20 Jahre Kriegnerkunde und seitdem ich hier gewohnt bin, wohnt immer Renault. Das heißt, das ist sehr verbunden mit dem Haus Kriegner. Verpassen Sie die große Wintercheck-Aktion nicht. Kommen Sie zu Renault Kriegner und holen Sie sich Winterreifen zu Traumpreisen.